Okay, wir haben hier irgend so ne Paste Boah, das ist bester Mann! BESTER MAN! Und ich schon so gern beim Zuh! Was zur Hölle passiert hier? Holy Shit, okay! Das zieht aus wie der Nacho-Pierse aus Amerika, beziehungsweise das, was wir Deutschen zwischen die Wände tun zur Dämmung. Was zur Hölle! Dieser Scheiß-Kommentar, aber das ist so geil! Digga! So geil, jetzt kommt hier irgendwie Baking Soda rein! Alter, das ist so genial, das ist so genial! Was zur Hölle, perfekt! Aber, Alter, schau wie das ausschaut, Alter, Bruder! Aber, weißt du, einmal kurz, zweimal kurz so umdreht, Alter! BESTER MAN! Wow, Alter, was ist das für ein Teufelszeug? Tika! Schaut aber eher fast schon so aus, wie wär das irgendwie so ein Kuchen-Ding oder irgendwas? Aber volle Wäsch! Ja, Baking... Kann zwar kein Englisch, aber... Okay, passt! Cool, 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 cool! I am not trying to seduce you! Oh mein Gott! Would you like me to seduce you? Tika! Ich hab gehört, der Charakter zählt! Oder... Einmal muss ich's mir doch geben! Tika! Was für Melode, Bruder! Mit und bald! Tika! Das ist... Das... Das ist... Das... Das ist... Das ist... Das ist... Tika! Das bin ich! Nach dreimal Absinthe! Oder nach dem zweiten Job! Mit und bald! Oder... Oder wenns du mir anmachst! Eine 4-4-Mischung! Eine 4-4-Mischung! Eine 4-4-Mischung! Oder... Nein, du machst eher so 5-5-Mischung! Boah! 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 Tika! 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 So geil, oder? Wenn ich einfach mal die Legendenmischung kriege! Die beste Mischung, was das gibt, Bruder! Die beste! Die beste! Aber wir sind auch... Wie er glücklich ist er, wie er versperrt wird. Bitte was? Oh mein Gott, geil. Leute, ich wollte unbedingt Hogwarts spielen. Extra heute Hogwarts gekauft. Neue Playstation gekauft. Die war bei Berlet Euronics vorrätig. Und dann das. Ich habe schon alles versucht. Aber diese CD wird einfach nicht gelesen. Schon 5000 mal angemeldet, abgemeldet, neu auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Er liest diese CD einfach nicht. Das Laufwerk macht einfach kein einziges Geräusch. Das kann doch nicht sein. Die ist nagelneu. Was soll das? Mein ganzes Wochenende ist im Arsch. Einfach nur dafür geliked. Weil meine Playstation funktioniert. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich habe die Scheiße da nur geliked. Bruder. Meine Meile funktioniert. Ich bin so ein Bastard. Ich weiß. Digger. Oh, geil. Geil. Degi. Next. Oh, das ist aber lieb. Das ist aber lieb. Das ist voll lieb. Ein bisschen was lieb. Das gehört auch dazu. Das hat mir Urtag gehabt. Das hat mich fast eigentlich so daran erinnert, wie ich meine Katze kriegt habe. Also jetzt nicht sowas. Ein Zwinger oder irgendwas. Aber das hat mir voll tag gehabt. Dann kriegst gleich mal Busse ins Gesicht. Super. Eine neue Schlecker von daheim. Ja, das ist schon lieb. So ein bisschen was liebes gehört auch dazu. So ein bisschen was liebes gehört auch dazu. So ein bisschen was liebes gehört auch dazu. Bruder. 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 Was wird ihr mal wieder geliked? Digger. Ich hab gehört sie hat einen guten Charakter. Ich hab gehört sie hat einen guten Charakter. Definitiv. Digger. Huch. 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 Boah. Dafür Respekt. Dafür definitiv Respekt. St kao. Huch. Haala. So net für die alte. Sodass du... ст... Ne. Oder wie es dann später abgeht bei Theri... Best. Digger. Schaut das an, ich werd schon. encont. Ich wär schon überfordert mit denen hier. Digger. Das einzige, was ich gut kann ist denen hier. Jetzt nur noch nicht gut. Du kling. Huch. Haala. Natschlecht. Also wirklich, würde so welche Sachen Respekt. Aber das ist auch so wirklich so ein, ich würde schon fast sagen, eher so fix, so wirklich monatliches Drehen, save, save, wahnsinn, wahnsinn, du musst monatelang sicher mit den Scheißdreck üben, aber alles üben, ja, das ist überhaupt geil, aber das dauert ein bisschen zu lang, aber das ist auch feit, oder? Das ist aber nicht im Original, leider, leider, ich finde die Bombe, wenn das das Ende gewesen wäre von Karate Kick, oh, das wäre böse, das wäre richtig geil, das wäre richtig geil gewesen, oh, viel, viel besser, weil im Endeffekt, was siehst, im Ende kommt ja nicht das, sondern er haut eigentlich den anderen Bum ein in die Fresse mit den Schlangenstufen. Aber das ist wirklich nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Ah, das ist...